Wir befinden uns jetzt bei Saab. Das ist ebenfalls ein Unternehmen, das auf der Airbauer 2022 vertreten ist. Und zwar auch mit einem Modell, das Sunshine, der hier neben mir schon geflogen ist. Denn wir haben es geschafft, wieder einen dieser Stars der Veranstaltung vor die Kamera zu holen. Und also Sunshine, wie war es heute zu fliegen? Es war großartig. Es war gut weather, die scenery ist so gut hier bei Airbauer. Das war mein erstes Mal. Und so viele Leute. Du sagst so viele Leute. Ich sage all die Kinder kommen und fragen Sie für Autographen. Wie ist es für diese Jungen? Es ist eigentlich hart, weil Sie wollen Sie am besten sein. Aber trotzdem, sie lieben Sie. Und so oft versuchen, sie zu bekommen, die Zeit, so ich kann mit allen sein, aber es gibt so viele. Aber still, just be a good guy und sehen Sie, das wäre der perfekte Weg zu sein, ich denke. Und wie viel Zeit hast du mit deinem Jett? Wie viele Flights hast du, um zu trainieren? Wir trainen oft vor der Saison und dann während der Saison. Heute, 2022, ich denke, haben wir 30, 40 Displäts. Also, wir trainen oft vor der Saison. Ich denke, es ist ein Traum für jeden Pilot, um zu fliegen ein Jett wie dieser. War es auch für dich? Ja, eigentlich, als ich angefangen habe als Kind, das war mein Traum. Ich habe ein Bild, als ich fünf, sieben Jahre alt war, und ich habe das Painted. Und ich hatte das Rated Diamond, mein Traum war zu sein, und ich bin ein Fyder Pilot. Und ich bin ein Fyder Pilot, als auch zu fliegen, das ist super, super toll. Und kann man sich das jemandem wie ich, die nie erlebt hat, wie es zu fliegen, wie es dieses Jett ist? Was ist das Gefühl? Ja, wenn man die Display sehen kann, kann man es zu einem Rollercoaster einmal 10x10x10. So mein Display ist seit 7, 8 Minuten. So es ist ein High-intensity Training für seit 7, 8 Minuten. Und added zu das, man geht es in Rollercoaster. Das ist ein Vieles Adrenalin. Ja, es ist. Und wenn man landen, man schreitst wie das, und man taxi in front, die crowds zu erinnern. Ich liebe es. Was können Sie uns besonders erzählen über dieses Jett? Was ist eine spezielle Sache, die Sonne fliegen? Ja, ich versuche es, wenn ich fliehe, wie easy das Flugzeug ist, wie stark das Flugzeug ist. Ich brauche nicht viel Raum für das Flugzeug. Ich versuche es, die Flugzeugung von hoher Höhe zu hoher Höhe zu sehen, und die Agilität für das Flugzeug. Die Agilität ist sehr speziell für dieses Jett? Ja, ich glaube so. Ja, und eine Sache ist, dass es so leicht zu fliehen ist. Wir haben über die Kinder gesprochen. Wir können die Kinder, die fünf, zehn Jahre alt sind, in den Simulator machen, und sie können es direkt machen. Ich denke, es ist so cool. Es ist so leicht zu fliehen? Ja, es ist. Vielleicht starten Sie? Ja, starten Sie. Vielen Dank. Nein, danke.